Marcel Proust, Fragmente einer italienischen Komödie. Motto, so wie der Krebs, der Widder, der Skorpion, die Waage und der Wassermann jegliche Niedrigkeit verlieren, wenn sie als Zeichen des Tierkreises erscheinen, so kann man an entfernten Personen seine eigenen Laster ohne Zorn betrachten. Emerson 1. Die Geliebten des Fabris Die Geliebte des Fabris war intelligent und schön. Er war darüber untröstlich. Sie dürfte sich selbst nicht verstehen, rief er stöhnend aus. Ihre Schönheit wird mir durch ihre Intelligenz verdorben. Könnte ich mich denn in die Mona Lisa jedes Mal, wenn ich sie betrachte, noch verlieben, wenn ich mir dabei gleichzeitig die Abhandlung eines noch so raffinierten Kritikers anhören müsste? Er verließ sie, nahm sich eine andere Geliebte, die schön und geistlos war. Aber mit ihrem erbarmungslosen Mangel an Takt hinderte sie ihn beständig daran, sich ihrer Reize zu erfreuen. Als dann strebte sie nach Intelligenz, las viel, wurde pedantisch und war schließlich ebenso intellektuell wie die Erste, mit weniger Ungezwungenheit und mit lächerlichen Ungeschicklichkeiten. Er bat sie zu schweigen. Auch wenn sie nicht sprach, widerspiegelte ihre Schönheit auf grausame Weise ihre Dummheit. Endlich lernte er eine Frau kennen, bei der die Intelligenz sich nur durch eine besonders subtile Anmut verriet, die sich damit begnügte zu leben und die das bezaubernde Geheimnis ihrer Natur nicht durch eine allzu gesuchte Konversation preisgab. Sie war sanft wie die anmutigen und geschmeidigen Tiere mit tiefen Augen und sie verwirrte wie am Morgen die quälende und unbestimmte Erinnerung an unsere Träume. Aber sie nahm sich nicht die Mühe, das für ihn zu tun, was die beiden anderen getan hatten, ihn zu lieben. 2. Die Freundinnen der Gräfin Myrto Myrto, geistreich, herzensgut und hübsch, aber mit einem Hang zum Schick, zieht ihren anderen Freundinnen Parthenie vor, die Herzogin ist und brillanter als sie. Aber auch die Gesellschaft Lalages ist ihr angenehm, deren Eleganz genau ihrer eigenen entspricht, und sie ist gegenüber den Reizen der Cléantie nicht unempfindlich, die von niedrigerer Herkunft ist und keinen hervorragenden Rang beansprucht. Aber wen Myrto nicht ausstehen kann, ist Doris. Die gesellschaftliche Stellung von Doris ist etwas niedriger als die von Myrto, und sie sucht die Gunst Myrto's, wie es Myrto mit Parthenie tut, ihrer überlegenen Eleganz wegen. Wenn wir bei Myrto diese Vorlieben und diese Antipathie wahrnehmen, so liegt deren Grund darin, dass die Herzogin Parthenie Myrto nicht nur einen Vorteil verschafft, sondern auch sie nur um ihre Selbstwillen lieben kann. Dass Lalages sie um ihre Selbstwillen lieben kann, und dass, als Kollegin den gleichen Ranges, sie in jedem Fall aufeinander angewiesen sind. Dass endlich, wenn sie Cléantie schätzt, Myrto stolz darauf ist, uneigennützig zu sein, einen aufrichtigen Geschmack zu haben, zu verstehen und zu lieben, elegant genug zu sein, um, auch wenn nötig, auf Eleganz verzichten zu können. Ganz anders Doris, die nur ihre Wünsche nach Schick anspricht, ohne in der Lage zu sein, sie zu erfüllen. Die zu Myrto kommt wie ein hergelaufener Köter zu einem Hofhund, dessen Knochen abgezählt sind, um von ihren Herzoginnen zu kosten und, wenn möglich, ihr eine wegzuschnappen, die ihr endlich, irritierend wie Myrto selbst durch das ärgerliche Missverhältnis zwischen dem Rang, den sie einnimmt, und demjenigen, den sie anstrebt, das Bild ihres Lasters vorhält. Die Freundschaft, die Myrto mit Parthenie verbindet, erkennt Myrto irritiert in den Aufmerksamkeiten wieder, mit denen Doris sie umgibt. La Lager, selbst Cléantise, erinnerten sie an ihre ehrgeizigen Träume und Parthenie hat wenigstens begonnen, sie zu verwirklichen. Doris zeigt ihr nur ihre Kleinheit. Deshalb empfindet sie allzu gereizt, um die amüsante Rolle einer Beschützerin spielen zu können. Doris gegenüber die Gefühle, die sie Myrto in Parthenie erwecken müsste, wenn Parthenie nicht über den Snobismus erhaben wäre. Sie hasst sie. 7. Snobbs 1. Eine Frau streitet nicht ab, dass sie Bälle liebt, Pferderennen, ja sogar das Spiel. Sie sagt es, bekennt sich schlicht dazu oder rühmt sich dessen. Versuchen sie jedoch nicht, sie sagen zu lassen, sie liebe den Schick. Sie würde es heftig abstreiten, würde ernstlich böse werden. Das ist die einzige Schwäche, die sie sorgsam verbirgt, zweifellos, weil sie nur die Eitelkeit demütigt. Sie gibt gerne zu, von Spielkarten abhängig zu sein, nicht aber von Herzögen. Wenn sie sich eine Verrücktheit leistet, braucht sie sich niemandem unterlegen zu fühlen. Im Gegensatz dazu liegt es in der Natur des Snobbismus, dass es Leute gibt, denen sie unterlegen ist oder es werden kann, wenn sie in ihren Anstrengungen nachlässt. So kann man das Schauspiel einer Frau erleben, die verkündet, schick sei eine durch und durch stupide Angelegenheit, gleichzeitig aber darauf so viel Geschick, Geist und Intelligenz verwendet, dass sie damit eine hübsche Erzählung hätte schreiben oder die Freuden und Leiden ihres Liebhabers erfindungsreich hätte variieren können. 2. Frauen von Geist haben dermaßen Angst, man könnte sie beschuldigen, den Schick zu lieben, dass sie ihn niemals erwähnen. Werden sie im Gespräch dazu gedrängt, nehmen sie eine Periphrase in Angriff, um dem Namen dieses Geliebten, der sie kompromittieren würde, auszuweichen. Sie werfen sich im Notfall auf den Namen Eleganz, der den Verdacht abwendet oder der zumindest die Gestaltung ihres Lebens eher in der Kunst als in der Eitelkeit zu begründen scheint. Nur die, die den Schick noch nicht besitzen oder ihn wieder verloren haben, nennen ihn beim Namen mit der Begierde unbefriedigter oder verlassener Geliebten. So sprechen gewisse junge Frauen, die im Aufstieg oder gewisse alte Frauen, die im Abstieg begriffen sind, gerne vom Schick, den die anderen besitzen oder lieber noch nicht besitzen. Es ist in Wirklichkeit so, das vom Schick zu sprechen, den die anderen nicht besitzen, sie zwar mehr erfreut, das vom Schick zu sprechen, den die anderen besitzen, sie hingegen besser nährt und ihrer ausgeungerten Fantasie gleichsam ein realeres Nahrungsmittel liefert. Ich habe solche gesehen, die beim Gedanken an die verwandtschaftlichen Verbindungen einer Herzogin erschauderten, mehr vor Lust als vor Neid. Es soll in der Provinz Krämerfrauen geben, deren Gehirn wie ein enger Käfig brennende Begierden nach Schick einschließt, wie wilde Tiere. Der Briefträger bringt ihnen die Magazine, die Nachrichten aus der großen Welt werden im Nu verschlungen, die unruhevollen Provinzdamen sind gesättigt und für eine Stunde wird in ihren von Genuss und Bewunderung geweiteten Pupillen heitere Zufriedenheit erstrahlen.